Hallo und herzlich willkommen zu Kleine Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Heute geht es um die beinahe verlorengegangene Fahne des dritten königlich-sächsischen Infanterieregiments Nummer 102 am 9. September 1914 in der Mahneschlacht. Das Regiment trug den Namen König Ludwig III. von Bayern. Es war bei Kriegsausbruch 1914 in Zittau im Erzgebirge stationiert und sein Regimentchef Ludwig III. war seit 1913 der letzte bayerische König. Das IR 102 war Teil der dritten sächsischen Armee und dort des zwölften Armeekorps. Zusammen mit dem Infanterieregiment Nummer 103 bildete es die 63. Infanteriebrigade und war Teil der 32. Infanteriedivision. Das Regiment rückte aus Zittau mit vier Eisenbahntransporten am 8. August über Görlitz, Dresden, Leipzig, Kassel und Koblenz bis in den Verfügungsraum nördlich Trier, wo es am 10. August 1914 ausgeladen wurde. Im Rahmen der dritten Armee überschritt es am 14. August die belgische Grenze und erreichte ohne Gefechte am 22. August bei G.W. die Maas. Das Regiment verfügte ausweislich seiner Regimentsgeschichte über eine Stärke von 76 Offizieren und 3.303 Mannschaften und Unteroffizieren. Seine Feuertaufe erhielt das Regiment erst am 29. August westlich Lono bei einem eigenen Angriff gegen französische Stellungen. Der Angriff war erfolgreich. Am nächsten Tag, dem 30. August, wurde der Angriff bei Fessot diesmal gegen hartnäckige französische Gegenangriffe fortgesetzt. Gegen Nachmittag zog die 5. französische Armee aber südwärts ab und es begann eine tagelange Verfolgung. Die eigenen Verluste dieser ersten beiden Gefechtstage betrugen 80 Gefallene und 382 Verwundete, also insgesamt mehr als 10% der Gesamtstärke des Regiments. Die Verfolgung der abziehenden französischen Armee erfolgte quer durch die Champagne östlich an Reims vorbei. Am 6. September 1914 konnte die Mahne bei Tour überquert werden. Immer noch stellte sich die französische Armee nicht zu einer weiteren Gegenoffensive. Erst am Nachmittag des 6. September 1914 kam es zu ersten Gefechtshandlungen. Das Gardechor, also der rechte Nachbar der 32. Infanteriedivision, bat um Hilfestellung, da es bereits weiter über die Mahne nach Süden vorgedrungen war und jetzt befürchtete, dass der linke Flügel des Gardechors angegriffen werden könnte. Die 32. Infanteriedivision rückte daher weiter vor und gegen 16 Uhr kam es zu ersten Gefechten mit französischen Truppen in der Mahneschlacht. Aus dem Ort L'Hare bekam das Infanterieregiment 102 starkes Feuer. Der eigene Angriff wurde zunächst eingestellt. L'Hare ist hier unten auf der Karte mit einem gelben Doppelbalken dargestellt. In der Nacht wurde für den Fall französischer Gegenangriffe zunächst geschanzt und Schützengräben ausgehoben. Morgens, am 7. September 1914, entwickelte sich dann tatsächlich starker französischer Druck gegen den östlichen Flügel des Regiments. Die Front hielt aber stand. Am nächsten Tag, den 8. September 1914, war dann wieder ein eigener Angriff befohlen. Die Ortschaft L'Hare sollte eingenommen werden. Um 4 Uhr begann der Sturmangriff gegen den Nordwestteil des Dorfes. Die Hornisten bliesen, die Trommler schlugen ein. Hier heißt es auf Seite 22 der Regimentsgeschichte. Der offenbar überraschte Gegner flutete schnell zurück und das Regiment konnte mehr als 60 Gefangene machen. Die eigenen Verluste betrugen in den drei Tagen vom 6. bis zum 8. September 82 Gefallene und knapp 600 Verwundete. Nachdem die Franzosen sich erneut zurückgezogen hatten, erfolgte abends, am 8. September 1914, der geordnete weitere Vormarsch von L'Hare, oben rechts gelb in der Karte markiert, auf Vorefrois, unten links auf der Karte gleichfalls gelb unterstrichen. Morgens, am 9. September 1914, ging der Vormarsch gegen erneut gemeldeten Gegner südlich und östlich, Ömi, weiter. Als das Regiment etwa zweieinhalb Kilometer südlich, Vorefrois, Oben auf der Karte wieder gelb unterstrichen stand, sollten zwei Bataillone in der Spitze gegen die diversen Waldgebiete, die offensichtlich von Franzosen besetzt waren, vorgehen. Es kam hier in den unübersichtlichen Waldgebieten zum Handgemenge mit Bajonettkämpfen. In der Regimentsgeschichte heißt es dazu, der Fahnenträger des 1. Bataillons, Sergent Bachmann, fiel von sechs Geschossen und 16 Bajonettstichen getroffen. Offenbar fiel die gesamte Fahnengruppe in diesem Waldgefecht. Der Fahnenträger Bachmann ist in der Verlustliste vom 27. September 1914 auf Seite 578 als Gefallener genannt, leider ohne Angabe des Vornamens oder des Geburtsortes. Als die Franzosen mit der Fahne entkommen wollten, heißt es in der Regimentsgeschichte weiter, wurde sie ihnen vom Zug des Vizefeldwebels Zweininger wieder entrissen und durch besondere Tapferkeit zeichnete sich hierbei der Soldat Zebal der 9. Kompanie aus. Etwas ausführlicher berichtet das Buch »Unsterbliche Treue« aus dem Jahre 1936 über den drohenden Verlust der Fahne. Bald entspann sich ein erbittertes Waldgefecht. Niemand ahnte, dass dabei der Fahnenträger des 1. Bataillons, Sergent Bachmann, im dichten Busch die Todeswunde empfangen hatte. Plötzlich trifft der Soldat Zebal der 9. Kompanie, der, zu einer Seitenpatrouille gehörend, die Verbindung mit dem 1. Bataillon aufnehmen sollte und, nachdem diese hergestellt war, im dichten Walde von seinen Kameraden abgekommen war, auf zwei Franzosen, von denen einer eine entrollte Fahne über der Schulter trug. Zebal, der nur die grüne Fahne seines 3. Bataillons, nicht aber die weiße Fahne des 1. Bataillons kennt, hält sie natürlich für eine französische Fahne. Im Nu hat man beiderseits die Gewehre hochgerissen. Zebal gelingt es zuerst, seinen Schuss anzubringen, der den Fahnenträger niederwirft, worauf der andere Franzose die Flucht ergreift. Nun eilt Zebal zu dem gefallenen Gesellen, nimmt ihm die Fahne ab und versucht Anschluss an seine Truppe zu gewinnen. Er stößt schließlich auf den Kommandeur des 1. Bataillons, der gerade schon Patrouillen zum Suchen der Fahne aussenden wollte. Der wackere Zebal wurde zum Gefreiten befördert und erhielt das eiserne Kreuz und die silberne St. Heinrichs-Medaille. Wilhelm Kurt Zebal aus der 9. Kompanie ist in den Verlustlisten nur ein einziges Mal am 7. November 1914 als leicht verwundet aufgeführt. Er stammt ausweislich der Verlustliste aus der Stadt Geyer im Erzgebirgskreis. Der sächsische St. Heinrichsorden wurde bereits 1736 gestiftet und ist damit der älteste deutsche Militärverdienstorden. Er wurde allerdings nur für Offiziere in den Klassen Großkreuz, Kommandeur und Ritter verliehen. Für Unteroffiziere und Mannschaften gab es aber bereits seit 1796 die St. Heinrichs-Medaille in Gold und Silber. Der Ordensträger erhielt einen monatlichen Irensold, der später zumindest noch in der Bundesrepublik mit 50 D-Mark monatlich ausgezahlt wurde. Nur drei Kilometer weiter westlich fand am 8. September 1914 bei und westlich Normie, hier mit dem blauen Pfeil, gekennzeichnet, der große Bayonettangriff der Garde-Grenadierregimenter statt. Dazu gibt es ein eigenes Video. Die Fahne des 1. Bataillons des 3. Sächsischen Infanterie-Regiments Nr. 102 erhielt nach dem Krieg auch einen sogenannten Fahnenring mit dem Namen des damals gefallenen Sergenten- und Fahnträgers Bachmann. Die Fahne hat die Geschichte überdauert und ist nach vielen Wirrungen endlich im Armeemuseum in Dresden gelandet, wie der schönen Schrift die Fahnen und Standarten der königlich-sächsischen Armee vom militärhistorischen Arbeitskreis der sächsischen Militärgeschichte entnommen werden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst mehr auf diesem Kanal.